Hallo und herzlich willkommen bei 10xTrading. Im heutigen Video bereiten wir uns auf die kommende Handelswoche vor. Dieses Video ist vollgepackt mit wichtigen Informationen, das solltest du nicht verpassen. Zu Beginn des Videos sprechen wir kurz über das Thema China. Heute war der Beginn des alle fünf Jahre stattfindenden Kongress der kommunistischen Partei Xi Jinping hat eine mehr als zweistündige Rede gehalten. Ihr habt hier eine schöne Zusammenfassung, macht euch davon definitiv einen Screenshot und lest euch das mal im Detail durch. Da ist wirklich einiges dabei, was auch potenziell für die Märkte relevant werden kann. Er hat zum Beispiel sich geweigert eine Annexion von Taiwan auszuschließen, auch einen Militärschlag auszuschließen, wobei das jetzt weniger überraschend war, weil wir ja wissen, dass er das auf dem Zettel hat. Aber er hat sich im Detail zur Zero-Covid-Policy geäußert und hat das strikt verteidigt. Das war eine super Entscheidung, sagt er und er wird auch definitiv, China wird weitermachen mit Zero-Covid. Man wird weitermachen, damit große Städte abzuregeln, wenn entsprechende Fallzahlen vorliegen. Man wird Reisen verbieten und man hätte hier mit der Zero-Covid-Policy viele Menschen gerettet und eben viel getan für die Gesundheit der Bevölkerung. Wir kommen zu den Grafiken und Makrodaten des Videos und da haben wir heute eine Menge dabei. Deswegen werde ich die einzelnen Clips kürzer halten. Wenn du eine Frage hast zu einer speziellen Grafik, schreib das mit dem entsprechenden Zeitstempel in die Kommentare, dann werde ich direkt drauf antworten. Wir kommen zu einer Grafik vom Sentiment Trader, dem sogenannten Composite Washout-Modell und das klingt natürlich vielsagend. Da haben wir auch aktuell ein sehr, sehr intensives Signal getriggert, muss man sagen. Ab 50 spricht man hier vom entsprechenden Washout. Wir hatten das zuletzt im Juli gesehen, kurz bevor dann die massive August-Rallye begonnen hat. Auf dem aktuellen Level allerdings 70, da waren wir zuletzt tatsächlich kurz nach dem Corona-Crash. Und das ist schon ein gewisser Indikator, dass wir im Umfeld einer Bodenbildung waren zuletzt und eben vor einer möglichen nächsten Rallye stehen könnten. Wir kommen zur Auswertung von diesem Washout-Signal und du siehst unten, dass wir das am 28.06. getriggert haben. Mit Blick auf zwei Wochen waren wir noch unverändert, aber dann mit Blick auf ein und zwei Monaten waren wir durchaus 6% im Plus, aber drei Monate später. Also jetzt sind wir wieder im Minus. Das heißt, du siehst, das ist ein Signal, was uns kurzfristig gut und gerne an den Boden signalisieren kann. Aber auch 2008 zum Beispiel haben wir das nach einem extremen Abverkauf eben bekommen, aber dann später im Markt doch nochmal neue Tiefs gesehen. Aber unten in der durchschnittlichen Auswertung siehst du auch gerade jetzt mal ein Signal, was uns im kurzfristigen Zeitfenster durchaus optimistisch machen kann. Wir kommen zu einer weiteren Grafik vom Sentiment Trader, die uns aktuell eine interessante Divergenz zeigt. Und zwar hat der S&P 500 zuletzt ja nochmal neue Tiefs gemacht, ganz klar. Aber wir haben zuletzt bei den Tiefs im September mehr als 90% Aktien gesehen im S&P 500, die neue Tiefs gemacht haben, neue 21-Tage-Tiefs. Aber aktuell waren es nur noch 30%. Das heißt, du siehst hier eine ganz klare Divergenz. Die letzten Abverkäufe wurden nicht mehr vom breiten Markt mitgetragen. Und hier siehst du die Auswertung von diesem Signal, wenn du eine Divergenz hast bei den 21-Tage-Tiefs mittelfristig kaum zu verwerten. Natürlich klar, weil es ein relativ kurzläufiger Indikator ist. Aber gerade mit Blick auf zwei Wochen haben wir eine durchschnittliche Performance von 2% im S&P 500 und 67% positive Märkte. Wir kommen zu einer Grafik, die uns zeigt, wie extrem bärisch das aktuelle Umfeld ist. Und zwar hast du hier die Prämien, die für Putz bezahlt werden. Und zwar jetzt nicht in US-Dollar angegeben wie zuletzt, sondern hier wirklich in prozentualem Anteil an der Marktkapitalisierung der US-Aktien. Und da sind wir jetzt nahe dem Level der Panik-Lows in der großen Finanzkrise. Das heißt, du siehst, wir haben jetzt wieder anteilig am Gesamtmarkt die höchste Anzahl an offenen Wetten auf fallende Kurse seit 2008. Und diese Grafik, muss ich sagen, die ist wirklich sehr, sehr heftig. Wenn dir das Video mehrwert bietet, lass definitiv deinen Like da, dass es der YouTube-Algorithmus möglichst vielen Leuten empfiehlt. Und abonniere auch den Kanal, dass du jetzt in dieser wichtigen Marktphase nichts mehr verpasst. Wir kommen zu einer spannenden Grafik von The Market. Du siehst hier was zum Thema Optionshandel. Und zwar wieder ein Rekord. Mehr als 40% der Optionen auf den S&P 500 aktuell haben ein Verfallsdatum von weniger als 24 Stunden. Das ist extrem. Du siehst, das ist eine massive Anzahl an Optionen mit ganz kurzem Verfallsdatum. Das erklärt diese heftigen Schwünge, die wir zuletzt gesehen haben. Donnerstag extrem rauf, Freitag wieder extrem runter. Und wir wissen ja, dass wir aktuell überhaupt in einem der volatilsten Märkte sind aller Zeiten. Und das haben wir jetzt mal so ein bisschen im Hinterkopf. Rekordanzahl an geöffneten Putz. Im Schnitt sehr, sehr kurzläufige Optionen. Und du weißt ja, die Wall Street, sie geht immer den Weg des maximalen Schmerzes. Und es könnte durchaus sein, dass aktuell der Weg des maximalen Schmerzes eine Rallye ist. Und hier siehst du jetzt das angesprochene Liquiditätslevel im Markt. Das ist die Erklärung, warum die Märkte deswegen so erratisch unterwegs sind. Schau dir den Bereich an zwischen in der Mitte 2020, 2021. Das waren satte und volle Märkte. Da war Liquidität ohne Ende da. Und seit Beginn der Engelbpolitik natürlich wurde diese den Märkten immer mehr entzogen. Wir kommen zu einer weiteren Grafik vom Sentiment Trader und zu einem weiteren Rekord 2022. Wir hatten noch nie zuvor ein so niedriges Risk-On-Level im Markt wie aktuell. Wir haben hier den Average-Risk-Level-Indikator. Da siehst du im Durchschnitt, wie stark oder wie schwach die Marktteilnehmer in Risikoassets, also Aktien, Krypto und so weiter, investiert sind. Und da sind wir aktuell bei unter 2 in diesem Indikator. Und das gab es zuvor noch nie. Wir kommen zu einer weiteren Grafik, die uns das Exposure in Aktien, also das einem Risiko ausgesetzt sein, das investiert sein in Aktien zeigt. Und da sind wir auch derzeit auf den niedrigsten Level seit den 90er Jahren. Und da muss man aber auch darauf hinweisen, oben, wenn du mal schaust, wir haben diese Signale nicht unbedingt immer im Bereich des Bodens bekommen. Wir haben es gerne bekommen, bevor eine gewisse Rallye gestartet ist, keine Frage. Aber wir haben danach auch sehr, sehr gerne nochmal neue Tiefs gesehen. 2008 haben wir es sogar in der Nähe der Tops gesehen. Das heißt, du siehst, es kann auch einen guten Grund haben, warum der Markt aus Aktien rausgeht, nämlich den, das eben potenziell noch etwas bevorsteht. Wir blicken mal unter die Haube vom Markt und schauen, wie geht es denn so der Angst und der Panik derzeit. Dazu blicken wir auf die Spreads im 2- und 8-Monats-Wix-Future des Volatilitätsindex. Das ist ein gutes Tool, um zu sehen, wie viel Angst preist denn der Markt derzeit im kurzen Zeitfenster ein. Und da siehst du derzeit einen strammen Aufwärtstrend. Wir haben derzeit wirklich scharf ansteigende Angst. Aber habt es bitte auch auf dem Schirm, wir sind aktuell noch nicht an den Extremlevels, wo wir zuerst waren, bevor die März-Rallye und bevor die August-Rallye ausgelöst wurde. Das, denke ich, ist wichtig. Es gibt hier noch Potenzial, dass die Angst noch überschwappt, aktuell eben in ein richtiges Volatilitäts-Event, was auch sehr, sehr gut zusammenpasst. Denn wir wissen ja, wir gehen jetzt in die heiße Phase der Earnings-Season. Aber es ist auch wichtig dazu zu sagen, dass wir aktuell definitiv näher dran sind an guten Kaufgelegenheiten als an der Gier, die wir zuletzt im August gesehen haben. Wir bleiben bei der Volatilität, aber wir gehen zur Volatilität der wichtigsten Tech-Stocks. Ich hatte auch letztens einen Kommentar unter dem Video, wie man diese Volatilitätsindizes finden kann. Gib als Ticker ein bei TradingView VXAPL, VXAZN, VXGOG. Das sind die Volatilitätsindizes von Apple, Amazon und Google und so weiter. Da gibt es wirklich die verschiedensten. Und hier sehen wir jetzt, dass zum Beispiel der Wix von Apple bei 47 steht, der Wix von Amazon steht gar bei 60 und der Wix von Google steht derzeit bei 50. Und das erklärt, wenn die Dickschiffe im Markt derzeit so volatil sind, dass natürlich auch der breite Markt so schlecht Fuß fassen kann. Man muss aber hier auch dazu sagen, wir wissen ja mittlerweile an den Märkten, wann der Zeitpunkt gekommen ist, sich langsam aber sicher gewisse Titel auf die Watchlist zu packen. Und zwar nicht dann, wann die Leute gierig sind, sondern eher da, wenn die Angst im Markt ist. Wir kommen zu einer Grafik, die uns zeigt, dass die Earningserwartungen aktuell durchaus stark zusammengekürzt sind. Hier in der Grafik von Bloomberg, nämlich um 7%. Und das ist eine der stärksten Pre-Season-Cuts, also Zusammenkürzungen vor der Earnings-Season, könnte man sagen, seit vielen Jahren. Wichtig zum Wissen, dass die Erwartungen, und wir haben es ja jetzt letzte Woche zum Beispiel auch gesehen, BlackRock konnte die Erwartungen schlagen, die Banken, gut, Banken natürlich im aktuellen Umfeld, ein anderes Thema, konnten die Erwartungen schlagen. Aber das müssen wir jetzt auf dem Schirm behalten. Die Earningserwartungen sind zurückgenommen worden. Das kann den Firmen die Möglichkeit geben, diese Erwartungen zu schlagen. Zum Schluss der Grafiken müssen wir jetzt aber noch über ein potenziell sehr, sehr bärisches Thema sprechen, denn die enge Geldpolitik, sie könnte unter Umständen noch länger nicht zu Ende sein. Du hast hier unten eine tolle Grafik, ich zeige dir das Ganze auch noch gleich im Vollbild, da kannst du dir einen Screenshot davon machen. Mach das und schau dir wirklich mal an, was es in der Vergangenheit gebraucht hat, um die FED letzten Endes dazu zu bringen, die Zinsen wieder zu senken. Du hast hier die verschiedensten Indikatoren, die wir sowieso täglich in den Videos besprechen, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die Arbeitslosenrate, den ISM Manufacturing Index, die Kerninflation. Ganz wichtig, schau mal hier, da war in der Vergangenheit nie ein Wert von mehr als 2,8 gegeben, bis die FED die Zinsen wieder gesenkt hat, da sind wir aktuell bei 6,6. Zwei Dinge haben wir schon erreicht, die Volatilität im Aktienmarkt ist durchaus auf einem Level, wo die FED in der Vergangenheit schon mal angefangen hat, die Zinsen zu senken und die Volatilität am Anleihenmarkt ist deutlich höher, als wir sie in der Vergangenheit gesehen haben. Nur 2008 war sie höher, aber wir wissen auch, Jerome Powell hat es oft genug gesagt, der Fokus liegt aktuell nicht auf den Märkten. Und hier hast du jetzt die Übersicht so groß wie möglich, mach dir einen Screenshot davon, dann kannst du wirklich jede einzelne in der Kategorien dir mal selber anschauen. Und hier schauen wir uns das Ganze jetzt mal in einem Chart an und das zeigt uns auch, warum wir potenziell den übergeordneten Druck auf den Märkten noch etwas länger spüren werden. Das schließt Bernmarkt-Rallys und scharfe Rallys, wie wir sie zuletzt gesehen haben, keinesfalls aus, keine Frage, aber wir sehen hier in Grau und in Grün entsprechend die Kerninflation und die Berechnung der Kerninflation der Atlanta FED und in hellblau siehst du die tatsächlichen aktuellen finanziellen Konditionen und da ist eine große Lücke, du siehst es in dem roten Kreis. Und das bedeutet entweder zwei Dinge, wir brauchen eine stark kollabierende Inflation in den nächsten Monaten oder die FED muss noch härter zupacken. Wir kommen zum Earnings-Kalender und du siehst, es ist prall gefüllt die dritte Earnings-Season, sie ist eingeläutet am Dienstag unter anderem Johnson & Johnson und Netflix, am Mittwoch ASML, Tesla und IBM Donnerstag unter anderem. Snap, viele andere wichtige Titel, mach dir sehr, sehr gerne einen Screenshot davon, dann behältst du den Überblick. Wir kommen zum Wirtschaftskalender, am Dienstag geht es hier los, ZDW-Konjunkturerwartung in Deutschland, minus 66 ist hier die Erwartung, es wird immer schlimmer für Deutschland. Mittwoch, Verbraucherpreisindex, 10% Inflationserwartung im Euroraum, da sind wir in Deutschland ja bereits angekommen und die Baugenehmigungen sowie die Rohöl-Lagerbestände noch am Mittwoch, am Donnerstag dann das erste Treffen der Staats- und Regierungschefs, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe wieder Augen drauf, das ist ein wichtiger Indikator für die FED, für die FED-Herstellungsindex und die Verkäufe bestehender Häuser am Freitag, dann das zweite Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU und am Samstag dann EZB-Präsidentin Lagarde mit einer Rede. Wir kommen natürlich auch in diesem Video zu den Charts und wir blicken zuerst auf die Verzinsung der Staatsanleihen. Wir sehen hier bei der 2- und bei der 10-Jährigen jeweils den Ausbruch aus dieser bullischen Konsolidierung Bullenfahne und wir haben bei der 10-Jährigen auch ein Mehrjahresverlaufshoch generiert mit dem Freitagshandelsschluss. Wir sind bei 4,02% aus dem Handelgang. Das öffnet jetzt natürlich hier die Range zwischen 4 und 4,25% und das wäre sehr, sehr wichtig, dass wir da wirklich im Rahmen der nächsten Woche die 10-Jährige wieder drunter drücken können. Denn klar ist, wenn wir uns hier wirklich auf den Weg machen zu den 4,25%, dann haben die Märkte nochmal mehr Korrekturbedarf. Und auch die 2-Jährige ist natürlich auf mehr Jahreshoch am Freitag. Aus dem Handelgang mit circa 4,5%. Die 10-Jährige bei 4%, 2-Jährige bei 4,5%. Das deutet uns eine invertierte Zinskurve an Rezessionsindikator von extrem stark invertierten 0,5%. Wir kommen zum US-Dollar-Index-Future, zum Dixie und auch der hat stark geschlossen am Freitag nahezu auf Tageshoch. Sind jetzt auch auf Tagesschluss, könnte man sagen, wieder aus diesem Abwärtstrend in gewisser Weise ausgebrochen. Haben am Abwärtstrend geschlossen. Aktuell, ich würde es jetzt hier noch nicht überbewerten, aber wir müssen uns auch ganz klar sein, dass hier ab 113,5% wieder richtig Druck draufkommt. Deswegen habe ich hier auch wirklich eine Menge Preisalarme, dass wir da definitiv gewarnt sind, wenn der Dixie wieder beginnt zu steigen. Was hier schlimmstenfalls passieren darf, meines Erachtens, wäre ein Doppeltop im Bereich der 114,8% bis 115%. Ausbrechen hier darf er tunlichst nicht, denn sonst kann es nochmal richtige Verwerfungen am Aktienmarkt geben. Wir wissen ja, das ist einer der größten Feinde derzeit vom S&P 500, Nasdaq und natürlich auch vom Kryptobereich. Wichtiger Chart haben wir jeden Tag dabei. Habt es auf dem Schirm, dass der Dollar die letzte Korrektur aktuell wieder scharf gekauft hat. Wir kommen zur Marktbreite, zu unseren sogenannten Washout-Indikatoren. Wir haben hier links die Aktien im S&P 500 über der 50-Tageslinie, rechts im Bild hast du die Aktien im S&P 500 über der 200-Tageslinie. Bei den 50-Tageslinien sind wir derzeit bei 10% der Aktien, die noch drüber sind. Bei der 200-Tageslinie sind wir bei 14%. Das sind extrem niedrige Werte. Machen wir uns da nichts vor. Langfristig gesehen durchaus interessante Zeitpunkte. Aber kurzfristig zeigt uns vor allen Dingen der 50-Tagesbereich an, dass wir da zuletzt bei unter 3% wieder waren. Wir hatten da eine schöne Rallye gesehen. Du weißt es im Rahmen der vorletzten Woche. Aber aktuell sind wir hier wieder ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Und das ist jetzt wichtig für uns, dass wir im S&P 500 gleich bei den Charts ganz genau darauf achten, auf welche Schwellen es jetzt ankommt, welche Levels wir verteidigen müssen und auf welchen Levels wir zur Downside extrem vorsichtig sein sollten. Wir kommen zum Volatilitätsindex auf den S&P 500. Hier jetzt im Wochenchart, dass wir uns mal das langfristige Bild anschauen. Du siehst hier links, das war Corona. Da haben wir den Wix gesehen auf 85 absolute Extremlevels. Da war wirklich die Angst kaum noch zu messen mit diesem Volatilitätsindex. Das war auch der höchste Stand seit dem 2008er-Crash. Aber du siehst jetzt hier meines Erachtens eine durchaus gefährliche Entwicklung hier im Wix. Und erinnere dich mal am Anfang, Apple ist bereits bei einem Wix von knapp 50, Amazon bei 60. Das heißt, die tragenden Säulen im S&P 500 und im Nasdaq, die stehen bereits deutlich höher in der Volatilität. Und das erklärt auch so ein bisschen, warum der breite Markt sich hier einfach nicht entspannen kann. Wir sehen ihn jetzt hier seit mehreren Wochen über den 30. Wichtig, wir haben ihn jetzt auch seit mehreren Wochen auf Schlussbasis im Wochenkurs über den 30. Und das muss für uns ein Warnsignal sein. Das ist hier jederzeit. Er kann sich jetzt hier einen Top suchen. Keine Frage. Wir haben das ganze Jahr über 2022 nie einen Wix gesehen auf Wochenschlussbasis über 35. Keine Frage. Es kann ein weiteres Mal sein, dass wir bereits das Top im Wix gesehen haben. Aber und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Levels im S&P 500 kennen. Es kann hier auch, wenn er sich hier wirklich so einen Support sucht über mehrere Wochen, jederzeit zum Liquiditäts-Event, zum Volatilitäts-Event kommen, dass der Wix hier nochmal extrem nach oben ausbricht. Das wissen wir aber auch hier oben. Da finden wir dann wirklich die langfristigen und sensationellen Kaufgelegenheiten. Wir sind im S&P 500 und wir schauen uns hier zuerst mal den Wochenchart an. Und zwar schauen wir uns hier die Preisrange an, ungefähr von 3.800 runter bis circa 3.000 Punkte. Ich möchte euch hier nämlich einige Dinge zeigen, denn wir haben ein ganz klares Level zur Downside, das wir jetzt nicht mehr unterbieten wollen. Wir wollen den S&P 500 meines Erachtens nicht mehr sehen unter 3.550 Punkte, weil wir haben hier aus dem Jahr 2020 wichtige Wochenschlüsse. Da sind wir drunter gedippt letzte Woche und haben uns aber drüber gerettet. Und da möchte ich den S&P 500 nicht mehr drunter sehen, weil eigentlich, wenn wir hier mal im Wochenchart schauen, geht es unter den 3.550 Punkten lediglich senkrecht drauf, und senkrecht runter in Richtung der mindestens mal 3.400 Punkte, was das vor Corona All-Time-High ist. Sehr, sehr wichtig meines Erachtens, dass wir das hier beachten. Unter 3.550 Punkte wäre ich sehr, sehr vorsichtig im S&P 500, weil uns dann einfach noch deutlich mehr Downside droht. Warum? Sollten wir vor allen Dingen die Downside jetzt im Blick haben, weil wir unter der 200-Wochen-Linie geschlossen haben letzten Freitag. Die war bei circa 3.600 Punkte. Da waren wir auch sehr, sehr lang drüber im Rahmen der Woche. Aber eben mit den Abverkäufen kurz vorm Freitagsende haben wir drunter geschlossen bei circa 3.583 Punkte. Das heißt, habt diese zwei Werte auf dem Schirm. Unter 3.550 Punkte wird es sehr, sehr gefährlich. Und wir wollen den S&P 500 im Prinzip deutlich über den 3.600 Punkten sehen, weil dort verläuft die 200-Wochen-Linie. Das ist jetzt noch nicht unbedingt ein K.O.-Kriterium, dass wir da drunter geschlossen haben. Denn hier die erste Woche, in der wir die 200-Wochen-Linie aktiviert hatten oder angegriffen hatten, das war am 26. September in der Woche. Da haben wir auch knapp drunter geschlossen. Haben dann schöne Rallye gesehen im Nachhinein. Von den Tiefs vom Freitag dann entsprechend 7% Rallye. Das kann ganz klar hier wieder passieren. Ich habe es dir am Anfang gesagt, es gibt durchaus Indikatoren, die auf eine gewisse Erholungsbewegung hindeuten. Aber werde wirklich sehr, sehr vorsichtig, wenn du siehst, dass der S&P 500 nicht mehr über die 3.600 Punkte kommt. Und vor allen Dingen sollten wir wirklich uns zur Downside absichern, wenn wir ein Long-Portfolio haben. Oder potenziell sogar über eine Short-Position nachdenken, wenn der S&P 500 jetzt im Rahmen der nächsten Tage unter die 3.550 Punkte bricht. Wenn dir das Video Mehrwert bietet, lass definitiv deinen Like da und kommentiere auch sehr, sehr gerne unter dem Video. Damit kannst du nämlich aktiv die Reichweite erhöhen. Wir schauen uns hier noch den langfristigen S&P 500-Chart an. Das wurde sich letztens auch in den Kommentaren gewünscht, denn es gibt ja hier diesen sensationellen Aufwärtstrend. Hier links im Bild siehst du das tief nach der großen Finanzkrise. Berührungspunkt im Oktober 2011, Berührungspunkt 2016, 2018 mit der scharfen Korrektur. Corona sind wir knapp drunter gedippt, aber wurden dann hier, wir wissen es, von der FED gerettet und sind sofort wieder drüber gestiegen. Das heißt, das lasse ich auch übergeordnet als Berührungspunkt gelten. Und du siehst, wenn wir hier ein weiteres Mal in den Bereich von diesem Trend dippen würden, dann hätten wir im S&P 500 noch Korrekturpotenzial in die Richtung 3.200 Punkte. Und du kennst ja mittlerweile die Aussage von der Bank of America. Ab 3.600 Punkte leicht knabbern. Bei 3.400 Punkte, da wird stärker gekauft. Und unter 3.200, 3.200 bis 3.000, da schluckt man den ganzen Köder. Das heißt, du hast hier noch definitiv, wenn wirklich alle Stricke reißen, Downside-Potenzial von ca. 13% im S&P 500, der Trigger. Und dann können wir uns viel Ärger zur Downside ersparen. Das ist, und man sieht es hier meines Erachtens auch eindeutig, wenn wir jetzt hier wirklich den Bruch unter die 200-Wochen-Linie bestätigen und vor allen Dingen auch den Bruch unter die 3.550. Jetzt blicken wir aber noch kurz auf den Tageschart im S&P 500. Und der gibt uns zumindest im kurzen Zeitfenster einen gewissen Grund für Optimismus, denn wir sind hier am unteren Bereich. Du siehst es eindeutig, perfekt respektierter Abwärtstrend. Das gesamte Jahr 2022, die Tops eindeutig definiert. Die Böden, da sind wir sehr, sehr gerne im Rahmen von Abverkäufen in gewissen Kapitulationen mal kurz durchgebrochen, haben wir immer wieder gesehen. Das heißt, es kann hier durchaus noch ein bisschen tiefer gehen, keine Frage. Aber wir hatten hier letzten Donnerstag ein gewisses Kapitulations-Event unter diesem Trend. Wir haben wieder drüber gekauft und jetzt greifen wir ihn von oben wieder an. Und deswegen ist es jetzt so wichtig, prägt dir das gut ein, was du hier gerade siehst, dass wir, weil ich zoome jetzt rein und zeige dir hier dieses wichtige Level von 3.550 Punkten. Das muss hier meines Erachtens halten, denn wenn wir hier mal vom tiefen Donnerstag ans Hoch rangehen, dann siehst du auch, dass wir hier ganz im Rahmen sind des 61er Fibonaccis aus dieser kurzen Bewegung. Recht viel tiefer als 3.570, 3.560, tiefstens eben diese 3.550 Punkte möchte ich den S&P 500 hier nicht mehr sehen, weil wir eben sonst deutlich unter diesem Trend sind. Und solange wir das hier verteidigen können, dieses Level und hier uns wieder rein retten können, wie wir es zuletzt hier immer wieder gesehen haben, kann der S&P 500 jederzeit an die Herzlinie laufen. Das wäre hier in etwa ein Kursziel von 3.550 oder potenziell sogar ans Top des Trendkanals ranlaufen. Das wäre dann eben sogar ein Kursziel von potenziell an die 4.000 Punkte im S&P 500. Habt mir bitte die 3.550 Punkte auf dem Zettel. Das ist aktuell alles, an was wir uns festklammern müssen. Denn eins ist klar, wenn diese Monsterkerze letzten Donnerstag eine Bärenfalle war und wenn die Stops, die hier gesetzt wurden in die Long-Richtung, wenn die brechen, dann gibt es nochmal eine Welle zur Downside. Und zur Vollständigkeit halber natürlich noch das eindeutige Wochentief. Das waren am Donnerstag 3.491 Punkte im S&P 500. Wir kommen zum Nasdaq 100 und da können wir es relativ kurz machen. Da ist meines Erachtens ein extrem wichtiges Level, dass wir den Bereich, den wir aktuell angelaufen sind im Nasdaq halten können. Unter 10.700 Punkte macht er mir Sorgen, der Nasdaq. Ganz klar, da habe ich das erste Ziel zur Downside bei circa 10.300 bis 10.380 Punkten, aber dann auch relativ schnell Ziele zur Downside um die 10.000 Punkte, potenziell sogar 9.500 circa. Wobei ich hier durchaus das Vor-Corona-All-Time-Hire sehr, sehr wichtige achte bei circa 9.763 Punkte. Seid mir beim Nasdaq zur Downside vorsichtig. Der ist ja schon scharf abkorrigiert. Der ist hier auch schon bereits, wenn wir das mal rausnehmen und gehen hier wirklich tiefer rein, dann siehst du, der Nasdaq ist jetzt wieder ganz in der Nähe dieser Trendlinie, die zuletzt gut funktioniert hat. Ein bisschen drunter dippen darf er, aber ich möchte ihn eigentlich ungern unter den 10.700 Punkten sehen und wo ich ihn natürlich auf gar keinen Fall sehen will, ist unter dem Tief vom letzten Donnerstag, wer das sich notieren möchte. Das sind exakt 10.433 Punkte. Wenn das angegriffen wird, dann bricht der Nasdaq auf neue 52 Wochentiefs, übergeordnet sogar auf neue Tiefs seit Juli 2020. Und dann greift er, wie gesagt, die Levels an ums Corona-All-Time-High und natürlich dann auch den Boden dieses aktuell sehr schön respektierten Trendkanals, ähnlich wie beim S&P 500. Fast die gleiche Struktur, nur dass der Nasdaq hier noch höher steht in diesem Trendkanal und da sind natürlich auch die Ziele zur Downside exakt in diesem Bereich um die 9.700 Punkte. Sei vorsichtig und hab natürlich analog dazu die Ziele im S&P 500 im Blick, die ich dir gerade genannt habe. Zur Upside beim Nasdaq, wenn wir die 10.700 Punkte verteidigen können, haben wir den ersten wichtigen Widerstand um die 10.900 bis 11.000 Punkte und wenn wir das brechen sollten, dann kann er relativ schnell vordringen auch in den Bereich um die 11.700 Punkte. Deswegen das Upside-Szenario ist durchaus interessant, aber seid ihr wirklich im Klaren, dass wir jetzt hier bereits in einer wichtigen Phase sind, die wir nach unten verteidigen sollten. Wir kommen zum DAX und das können wir relativ kurz machen. Der DAX hält sich hier aktuell erstaunlicherweise noch relativ gut im Verhältnis auch zu den US-Indizes, die ja bereits wieder an den September-Tiefs angekommen waren. Der DAX ist hier deutlich höher, aber ist hier mit einer monströsen Kerze am Freitag aus dem Handel gegangen. Eine sehr, sehr bärische Kerze. Du hast hier ein massives Wig an der Oberseite und schließt hier auf Tagestief. Das gefällt mir überhaupt nicht und das ist natürlich jetzt auch wieder ein Schluss unter den 12.500, unter der 20-Tageslinie und das eröffnet für mich ganz klar hier den Weg zumindest runter auf den Boden der Golden Zone, die wir hier verteidigt hatten. Aber im weiteren Fenster öffnet es natürlich hier auch die komplette Range wieder zu den 11.800. Sei mir im DAX aktuell vorsichtig, gefällt mir derzeit nicht unbedingt. Mein erstes Ziel für die Korrektur ist hier der Bereich um die 12.100 bis 12.150 Punkte, aber im weiteren Fenster kann man sagen, sind die Ziele hier bei ca. 11.850 Punkten, den September-Tiefs. Abschließend kommen wir noch zum Bitcoin. Da wird sich natürlich analog verhalten zum Nasdaq und zum S&P 500. Deswegen können wir die Analyse relativ kurz machen, insbesondere weil der Bitcoin aktuell sich wieder zum Stablecoin entwickelt. Wir sind festgetackert bei den 19.100 Punkten. Wir hatten letzten Donnerstag natürlich hier die Volatilität, die maximale Volatilität. Wir haben nach unten sehr, sehr viel Liquidität abgeholt im Bereich um die 18.000 Punkte. Deswegen ist völlig klar, wenn wir unter die 18.000 Punkte brechen, dann wird es sehr, sehr gefährlich. Und sobald wir über die 19.500, 19.800 ausbrechen können, wirklich mal endgültig ausbrechen können, dann haben wir eine massive Rallye nach oben zu erwarten. Das heißt, der Bitcoin aktuell in der Entscheidungsphase, Kurse unter 18.800 sind ein erstes kleines Warnsignal, Kurse unter 18.500 und tiefestens 18.000 sollten uns deutlich alarmieren beim Bitcoin. Ich bedanke mich vielmals, dass du das heutige Video bis zum Schluss geschaut hast. Schau mal in die Videobeschreibung. Dort findest du die Möglichkeit, Mitglied zu werden bei 10X Trading. Dadurch bekommst du Zugriff zum Premium-Bereich im Discord, wo du jederzeit Anfragen an mich stellen kannst für Aktienanalysen. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit und sage Tschau.